Es war einmal ein arm Kind und hatte keinen Vater und keine Mutter, war alles tot und wie auf der Erd niemand mehr war, da wollte es in den Himmel gehen. Springen wir direkt zum nächsten Versuchsobjekt. Herr Doktor, haben Sie schon was von der doppelten Natur gesehen? Wenn die Sonne im Mittag steht und es ist, als gegen die Welt im Feuer aufhandsch und eine fürchterliche Stimme zu mir gerät. Was sprecht ihr? Was erlebe ich, Wolzik? Ein Mann von Wort. Ich hab's gesehen. Hä? Soll ich's denn hier unten bewegen? Du sollst doch bleiben. Wolzik? Was, bist du still? Sieh nicht hinter dich. Wolzik? Fürchtest du dich? Still. Alles still. Als wär die Welt tot. Zeig. Vielen Dank. Ich hab's gesehen. Okay. Vielen Dank.